servus youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren video heute zeigen wir euch wie ihr das schloss von dem firma sicherheits türgriff gibt es in verschiedenen variationen das ist komplett egal das ist immer dieses kleine ding hier egal welche griff variation habt wie ihr das austauschen könnt dazu habt ihr natürlich das alte teil was in der regel ja so geliefert wird problem ist dass mir nach zwei monaten schon der schlüssel abgebrochen ist weil das schloss sich verkeilt hat und jetzt hat firma mir freundlicherweise einen neuen neues schloss geschickt ich dachte eigentlich dass das so geschickt wird dass das komplette ding hier aber der mir nur wirklich das schloss an sich mit den neuen schlüsseln geschickt zeige ich euch erst mal wie das abgeht wenn ihr das schon montiert habt dazu müsst ihr erst mal diese drei schrauben hier aufmachen ist ein 10er schlüssel und auf der gegenseite ist er hier so dran danach könnt ihr ganz easy wegnehmen behaltet den gummi auf jeden fall auch wenn er nicht wirklich wasserdicht ist was ich blöd finde muss ich sagen aber mein gott und dann habt ihr das so in der hand und jetzt seht ihr schon hier diesen kleinen stösel hier das ist der gleiche stösel wie da das heißt dem müssen wir raus bekommen das bedeutet ihr habt hier eine große schraube ist auch wieder ein 10er schlüssel die müsst jetzt erstmal aufbekommen dass dieses teil mit dem schloss drinnen sich vom gestell trennt so wenn ihr es ab habt ganz wichtig aufbewahren die unterlegscheibe mit der schraube dürft ihr auf keinen fall verlieren das könnte blöd werden jetzt könnt ihr es einfach abziehen und seht da habt ihr schon das schloss da ist der stösel wieder jetzt braucht ihr einen kreuz schlitz weil er die zwei aufmachen könnt und danach könnt ihr das schloss einfach rausnehmen wie immer aufpassen dass die schrauben nicht durchdrehen und jetzt haben wir die beiden schrauben gelöst und jetzt könnt ihr einfach auf der seite einmal da ja ich hab's jetzt gerade schon gemacht deswegen einfach da rein drücken und dann plumpst euch raus und habt ihr das alte schloss in der hand und jetzt das ganze wieder zusammenbauen das heißt jetzt haben wir das neue schloss das kommt jetzt so rein ist komplett egal wie rum macht es halt so wie es davor auch war ja jetzt können wir den wieder drauf setzen da habt ihr hier diese öse und das muss dann genauso rein dann ist es wieder zusammen jetzt habe ich gerade noch vergessen so ein teil fliegt euch hingegen von dem großen loch das muss auf jeden fall wieder rein und zwar ist hier so ein kleines geringe das muss nach unten dann plumpst es einfach so rein dicke schraube mit der unterlegscheibe wieder drauf noch die wieder schön festziehen nicht übertreiben dann hält es auch schön zusammen wackelt nicht jetzt den gummi nicht vergessen den wieder drauf tun die dichtung von der gegenseite zu halten dass die schrauben mal wieder reingehen und das neue schloss drauf ein bisschen eindrehen und immer etappenweise festschrauben nicht dass euch das gewinne nämlich kaputt geht von den schrauben und wieder richtig schön festziehen dass der gummi auch schön an die wand gepresst wird damit hoffentlich wasserdicht ist das neue schloss ist eingebaut wir hoffen wir konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen abonniert gerne kanal wenn ihr weitere tipps und tricks von nicht profis haben wollt das zum nächsten mal